ja weiter geht's heute mit pokémon schwert wir machen weiter wir gehen jetzt in die balzerhöhle weil da fehlt uns noch das letzte pokémon wenn ich jetzt richtig bin überhaupt moment halt 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 wir müssen ja hier unten irgendwo da ist um die balzerhöhle ja genau gut dann ist das da der richtige weg so mal schauen wie stellen wir es diesmal gefunden gefangen kommen gott sei dank wieder kein hagel und sonst irgendwas sondern ja halt 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 wirklich okay so einmal cobalium level neben kurz moment haben wir sie denn ich suche mich den topschutz noch mal weil das ist mir gerade einfach so zu viel gewesen regelmäßig wenn wir wirklich was den topschutz drin der knallen sie dir regelmäßig die springen sie regelmäßig an so ok guck mal was finden heute also sollte ja irgendwo hier auch zu sein irgendwo hier sein so wir es brauchen wir nicht da ist es doch ok dann gehen wir uns jetzt fangen dann fangen wir uns jetzt hey raki und dann hätten wir das letzte pokémon und ja dann werden wir mit der auflärmesession für heute durch so gut typ kampf wahrscheinlich kampf und gesteig noch einmal kriegen wir es noch was machst du sagen du klinik ja klar klar gut dass ich gespeichert hat für den fall aus das ist das jetzt reicht es bricht uns natürlich komplett weg natürlich super gut ich melde mich dann gleich zurück und starte mal kurz in das spiel neu so bin wieder da herzlich willkommen zurück und weiter geht es heute mit der rakiom wir wollen jetzt natürlich fangen das ist unser großes ziel und deswegen muss ich ihm wieder das spiel neu starten weil wir ja weil es ist doch doch aufhören aber auch mal auf unser geht so versuchen wir uns mal ein feuerball mal das ist wieder auf dem markt haben irgendwie doch sagt doch okay okay dann sagt tut auch weh so und noch ein doppelbieter damit dass das war es hat das schon wieder ernsthaft noch mal neu starten so weiter geht es heute wieder mit dem wir sogar terakio ja genau kurz vorher starten wird nicht mehr so okay wo wir jetzt noch mal dann müssen wir ja irgendwann mal doppelbieter gut aber um es jetzt gleich mit kopf los genau wie auch schön schwer tanzen steigert ernsthaft also diese gestalt pokémon guck mal hier dein kleiner kumpel zwei deiner freunde habe ich schon nicht den dritten werde ich mir zu holen schade bei der gruppe cobalium hat es gereicht den habe ich nämlich auch noch in der tasche das heißt ich brauche nur noch das dritte pokémon von euch 120 übersehen habe ich noch ich dachte ich hätte jetzt mehr gehabt ich dachte ich hätte jetzt mehr gehabt vielleicht haben wir beim levelball ein bisschen glück weil das team eigentlich vom level höher ist okay ja das hätte fast jetzt gedacht das ist sogar reich und levelball geht es dabei vielleicht auch da nur der zweite ball ich hatte jetzt wissen ja genau du musst dich erst dreimal und tristan mit dem volltreffer warum trefft eigentlich immer mit dem volltreffer warum trefft eigentlich immer mit dem volltreffer was das ist komplett für euch so klar doch one hit ko geht mir nicht auf den nüsse jetzt gehst du mir gerade mal jetzt gehst du mich jetzt gerade doch klar weiter suchen one hit one hit one hit immer immer ein treffer bam 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 dann bin ich also jetzt nervt es mich gerade extrem weil es hat jetzt vier pokémon mit einem angriff und immer mit dem schirm im nahkampf komm jetzt her ich hätte dich gerne mit ich will dich mitnehmen sonst muss ich wieder neu starten dann hab ich mir Bock drauf oh man nervt mich ja steinkante fick dich doch alter und der nächste der mir runter geht mit einer so damit weitermachen ich will jetzt ja weiter kämpfen so hier zeigt dein Kuppel so ich will jetzt nicht haben jetzt muss ich gleich eh noch ich muss eh gleich noch nicht starten wahrscheinlich eins zwei natürlich nicht angriff kann nicht erhöht werden oh schade für dich dass du nicht noch einen neuen chaos setzen kannst eins zwei ach man noch kann man nichts machen damit kann man jetzt gerade nichts anderes haben aber mit dem 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 ja das kann doch nicht sein dass du jetzt raus gehst ey sag doch mal bitte im ball komm sei liebes der rakio ah man ja das war's ich hab dich alle besiegt ich starte mal wieder neu so und weiter geht's da bin ich mal wieder genau davor komm jetzt hier dich brauche ich jetzt ich möchte dich gerne noch mit dabei haben und dann habe ich sie nämlich alle dann haben wir nämlich die Forschungsarbeit für Sania auch weg ja so verteidigen Kopfnuss Ja, das ist gut Und noch ein Zurückschrecker Seht ihr ja, jawohl So, wollen wir es mal mit dem Levelball Vielleicht schaffen wir es, ja Natürlich Aber es ist zumindest mal im roten Bereich Das ist erstmal das Wichtigste Ja, das macht mir gerade genauso viel Sorgen Wie das Viridium Das habe ich auch ewig gebraucht Bis ich das dann irgendwann mal hatte Aber jetzt soll es doch Irgendwann mal auch gut sein Ich möchte es gerne haben So, bitte mal hinterher, komm Jetzt habe ich ja ein bisschen Glück Natürlich nicht Der Finsterball sagt dann auch Das brauchen wir nicht Keine Sorge Der bricht halt gerne wieder aus Aber ein Schwerball Du wiegst ja bestimmt ein paar Kilo Natürlich nicht So Haben wir auch nie Beilter her Komm Ah, klasse Jetzt möchte er Jetzt ärgert er mich gerade so ein bisschen Ich möchte jetzt eigentlich gerne Dieses Pokémon auch Der Adapter legen Aber das ist jetzt gerade so ein bisschen So Der nächste Zeit zum Sterben Herzhaft Gott Ich hatte leise Hoffnung Dass es klappt Aber ich hatte wirklich nur Ganz Ganz Leise Hoffnung Dass es irgendwann mal auch was für mich tut Weil der hat ja auch jedes Mal so ein scheiß Glück Dass er dann Eine Money Die mich kauhe Haut Jetzt muss ich warten Komm jetzt her Komm jetzt her Ich habe auch keine Möglichkeit Ich habe mich paralysieren Oder Heizeschläfer Ja, mach kein Problem Mach ruhig nochmal Ein bisschen Schwert Damit du weiter starken Damit du stark Werden kannst Komm Natürlich nicht Natürlich Sagen zu kriegen Gebringt dir nix Mach ruhig weiter Du hast doch Steinkanten Ach mein Gott Bleib doch mal drin jetzt Nein, warum auch nicht Du hast doch eine scheiß Steinkanten Und das war so Corona hat es mal genau weg Komm mal mit einem scheiß Fuck Gang Volltreff War mich wegzuhauen Geh mir echt mal auf den Pes Ich muss gleich wieder neu starten Ich sage, ich habe jetzt ein bisschen Glück Dass ich dann Dass er jetzt doch drin bleibt Aber ich Vermute, dass er die beiden Mir jetzt auch noch wer gebretelt Bleib doch mal drin So Nächste, komm Warum nicht Da haben wir eine Sanktoklinge raus Damit das Regileki auch noch baden geht So Und jetzt habe ich noch ein Pokémon Was dann am Ende wieder Was dann auch gleich noch wegstirbt Weil er dann auch wieder Um Volltreffer sitzt Oder so am Ende Und dann darf ich das Spiel gleich nur starten Es sei denn, er lässt mich Atmen So Spiel neu starten So Erneuter Versuch Weiter geht's Damit war Wir haben ja Zeit ohne Ende Ich weiß nicht wie der wievielte Neustart das mittlerweile war Ich glaube es war der fünfte Weil ich das füge jedes Mal mich Blüben Schwertertanz Du gehst jetzt schon auf der Schwertertanz Na wo du hast noch mal Natürlich ist sie jetzt schon auf die Scheiß Steinkante Ernsthaft Warum eigentlich immer mit dem Scheiß Der ist Vor allem ich kriege kein Pokémon hin Momentan Was mal eine Attacke wegsteckt Die gehen alle direkt in die Zip-Bahn So Noch habe ich ein Team, das lebt Schau, warum war es noch mal ein Level bei Mit den Spezialbällen kriegst du es nicht hin Krieg ich es nicht hin Ach Gott ey, was kann denn heute nochmal positiv sein Ach komm ernsthaft Jetzt bleib doch mal drin Ey Du gib Du gehst dich nur die ganze Zeit raus Beim ersten Ball Ohne da einen Wackler Komm Und der nächste Komm Du gibst mir jetzt Jetzt nervst du mich gerade so ein bisschen Ah Yes Boah, endlich Terracium ist eingesackt Da haben wir das letzte Pokémon auch weg Gott sei Dank So Terracium, Dankeschön Dass du jetzt dann auch Irgendwann mal sagst Ich möchte dazu Uh, Gott sei Dank So Und jetzt Ah, ich spiele mal eben kurz ab Das spiele wir oder so Steinknochen Und wir machen uns jetzt auf zu Na ja, hau ab Wir machen uns jetzt auf zu Sania zurück Weil dann haben wir sie alle Und dann haben wir glaube ich ihre Aufgabe auch komplett erledigt So So Ich kann sein, dass es das Haus war, ne Ja Oh, das ist Terracium Das ist Fels in die Höhlen Pokémon Das ist der Wahnsinn Sie haben sich geschafft Wer ist die beste Professorin in der Gala Sania, Sania Juhu Oh, erzähl meine Oma mit dir nicht Dass ich das gerade gesagt habe Hm Du weißt gar nicht, wie dankbar ich dir bin Hier die Belohnung Das hast du dir richtig verdient 10 D.P. bei Mons Ey Nur deine Hilfe konnte ich nachweisen Dass ich mit meiner Hypothese Gold richtig schlag Ich dachte dir vor ganzem Herzen dafür Hätte ich schon anderen zu tun Weil ich sofort als meinen Assistenten einstille Es gibt übrigens eine alte Legende Zu Cobalium, Terracium und Viridium So lange Zeit sollen sie sich mit einigen übrigen Menschen In einem bitterten Kampf geliefert haben Um ihre Gefährten zu beschützen Zudem meinen sie wohl die Nähe zu den Menschen Und leben in Abgeschiedenheit So hatten sie anscheinend Eingewilligt Teil des Teams zu werden Vielleicht bedeutet es ja Dass sie wieder einen Schritt auf uns Menschen zugehen He, der Gedanke steht noch und froh, oder? Naja, jetzt wird aber zwischendurch Zeit Für mich nach Hause zu gehen So eine Forschungsarbeit schreibt sich Nicht von alleine Verläuftig auf, dass du bei der Erkunde Keine stumpfen willst Und sieh dich Komm, Freunde, wir gehen jetzt nach Hause Wohl Und tschüss Jo Dann haben wir es So Tunnel bleibt zu Hause Ach ja, schade Gut Dann haben wir das Was Äh Haben wir die drei Pokémon geholt Wobei Terracium echt jetzt Boah Das war jetzt echt nervig Ich weiß nicht wie auf sich mittlerweile Ich habe 500 Spiele noch nicht starten Müsste, wie ich dann irgendwann sagen kann Ich fange es mir Ja gut, dann mache ich mal Feierabend Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Und dann geht es weiter mit Puh Weiß ich noch nicht Schauen wir mal Bis dahin Tschüss Oder ist es mir noch ein bisschen Ich hoffe mal Ja gut